ARD Text im Auftrag von Funk Viel Spaß auf der Insel! So, ich bin aber weg. Nein! Bleib hier! Hey! Du bist so! Bring das Herz zurück! Äh, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich bin Vajana von Motonui. Das ist mein Boot und du segelst mich jetzt nach Tiffel! Schon gut, krieg dich wieder ein. Wir müssen weiter. Und da ist sie wieder. Ich bin Vajana von Motonui! Wie war das Vajana? Richtig? Ja, und du wirst das Herz zurückbringen! Ah! Okay, ich bin raus. Ach komm schon! Die Legenden erzählen von einem Helden, der sich aufmachen wird, um den Halbgott Maui zu finden. Und gemeinsam werden sie uns alle retten. Maui, Formwandler, Halbgott des Windes und des Meeres. Held der Menschheit. Ich bin Vajana von... Held der Menschheit. Was? Es heißt korrekt Maui, Formwandler, Halbgott des Windes und des Meeres. Held der Menschheit. Nochmal von vorn. Jetzt du. Ich bin Vajana von Motonui. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Äh, ich bin raus. Äh, hätte ich jetzt nicht erwartet. Der Ozean ist ein Freund von mir. Wir gehen ins Reich der Monster? Keine Angst. Es geht viel tiefer runter, als es aussieht. Ich fahre immer los. Wenn du nach Tefiti willst, dann liegt ein ganzer Ozean voller Gefahren vor dir. Kokomora. Kokomora? Die sind irgendwie süß. Vajana, das Paradies hat einen Haken. Ich geh doch nicht auf Mission mit einem Kind. Aber du wärst ein Held. Das ist dir doch super richtig, stimmt's? Maui, Maui, Maui. Du bist so ein Glaub...